Hallo und herzlich willkommen zum Bewertungsvideo von Chemex.org. Wir starten direkt mit dem Content. Hier sieht man eigentlich auch direkt ein kleines Problem, denn die Website ist auf Englisch. Das heißt, wenn ich hier nach Becherglas suche, werde ich leider nichts finden. Ich müsste wirklich Beaker eingeben, was allerdings nicht ganz so problematisch ist, denn wie man hier in der Leiste links sehen kann, ist das alles wunderbar bebildert, ist mit kleinen Icons sehr schön strukturiert. Wir haben eine Vielzahl von wichtigen Reaktionsgefäßen, generell Apparaturen, die allerdings auch manchmal so einen kleinen grünen Blitz haben. Die kann man dann nicht in der freien Version nutzen, sondern man muss ein Abo abschließen. Darauf gehe ich allerdings nicht ein, denn die kostenfrei nutzbare Version enthält eigentlich die wichtigsten Dinge, die man so für den Chemieunterricht benötigt. Unter anderem zum Beispiel hier Wagen, die man frei konfigurieren kann, pH-Messgeräte. Wir haben auch Peleusbälle in unterschiedlicher Form, die konfiguriert werden können in Farbe und Typ. Das heißt, hier wirklich freie Hand, was der Content betrifft. Auch rudimentäre Sachen für den Bio-Unterricht, Biochemie wären dabei. Hier kleine Bakterien, Kulturen, die in ihrer Anzahl oder Intensität verändert werden können. Wir haben Destillationsapparaturen in unterschiedlichster Form. Zumindest die Grundapparaturen sind frei, wie auch ein U-Rohr für Osmose, wo wir die unterschiedlichen Flüssigkeiten auch einfärben können. Und dann eben hier auch Festkörper in unterschiedlicher Form. Leider hier nur eine bestimmte Form, eben keine kubischen. Zum Beispiel, wir haben unterschiedliche Flammenfärbungen für die Elektrochemie auch interessant. Metalle, die unterschiedlich dargestellt werden können. Und seit letztem Jahr auch die GHS-Symbole, die ich direkt auf das Bild mit draufladen kann, sodass ich dann meinen Schülern dies auch direkt in ein Word-Dokument laden kann, etc. und die nicht extra noch raussuchen muss. So lässt sich insgesamt sagen, dass der Content mit vier von fünf Sternen bewertet wird. Kommen wir nun zur Usability, der Nutzerfreundlichkeit dieser Anwendung. Auch hier hat Chemix.org seine Stärken, denn insgesamt wurde hier eine Bewertung von fünf und fünf Sternen erreicht. Wir haben eine intuitive und selbsterklärende Bedienung. Wir können das Becherglas hier frei regeln. Soll es größer, kleiner, breiter, dünner sein. Wir können den Flüssigkeitsstand anpassen. Wir können sogar eine Phase eintragen, beziehungsweise zwei Phasen. Wir haben hier eine Hilfestellung und Erklärung. Zum einen durch die Darstellung der Shortcuts. Allerdings auch durch ein FHQ, sofern der Internetbrowser hier nicht meckert. Hier sind allerdings wirklich keine Viren zu finden, sondern nur Hilfestellungen zu der Anwendung. Falls das alles noch nicht helfen sollte, kann man hier auch mit einem Developer sprechen, die auch in der Regel sehr, sehr schnell antworten, wenn es um Probleme gibt. Auch sehr schön ist, dass die Inhalte sehr unkompliziert im Zugriff platziert sind. Die Platzierung erfolgt einem roten Faden. Ich habe hier eine optimale Position der Auswahlfelder und kann sie wunderbar klicken. Ich kann sehr schnell aus einem Einhalskolben einen Zweihalskolben machen und wie hier schon eben gesagt, der rote Faden ersichtlich. Wir haben hier Keramikprodukte, wir haben Metallprodukte und so sind sie eben geordnet in einer gut leserlichen Textpassage, auch aufgrund des gut dargestellten Kontrastes. Sodass hier eben eine Bewertung von 5 von 5 Sternen erfolgt. Zur Performance kann man eigentlich nur sagen, dass durch die Umstellung von Java auf HTML5 eine zukunftssichere Plattform geboten wird, die auch plattformübergreifend mit allen Geräten nutzbar ist. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass chemix.org seit dem Update von Flash auf HTML5 zukunftsstabil plattformübergreifend genutzt werden kann. Die Website eignet sich besonders um schnell und intuitiv Versuchsapparaturen zu erstellen. Sie zeichnet sich durch eine sehr einfache Bedienung aus. Schön ist es hier vor allem, dass der Flüssigkeitspegel stufenlos regulierbar ist. Dabei verzichtet chemix.org zwar auf komplexe vordargestellte Apparaturen, jedoch sind die wichtigsten Gerätschaften bereits vorhanden. Diese können alle auch beschriftet werden. Die übersichtliche Darstellung der Apparaturen und die intuitive Nutzung sind herausragende Eigenschaften dieser Anwendung, sodass eine Bewertung von 4 von 5 Sternen bei Content und jeweils 5 von 5 bei Usability und Performance erfolgt. Im nächsten Video schauen wir uns dann eine kurze Funktionsübersicht von chemix.org an.